Das Thema dieses Films ist der Farbwechsel beim Chamäleon. Chamäleons sind entfernte Nachfahren der Dinosaurier und zählen neben Schildkröten und Krokodilen zu den ältesten Reptilien auf der Erde. Die schuppigen Kriechtiere leben heute überwiegend in Afrika. Hier besonders zahlreich auf Madagaskar. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Und das war sie auch schon. Am sehr gut. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben des Kielsen 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 des Kielsen. Vielen Dank.